Yo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Tropical 2. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich die letzte aufgenommen habe, also ich glaube 9 Tage. Und ich habe aber jetzt neulich gestreamt und ihr seht schon, ich habe 3 Stunden zusammengespielt hier insgesamt. Es ist auch dementsprechend einiges passiert, auch wenn ich jetzt hier noch nicht so ein riesen Grundstück habe. Aber immerhin schon mal ein Anfang. Also ich bin schon mal zufriedener als vorher mit diesem einen Holzblock, den ich ja noch mit größter Not gesetzt habe, irgendwie kurz verendete Aufnahme. Und ich hoffe mal, dass ich hier im Projekt auch mehr schaffen werde. Ich denke mal, ich werde auch öfter mal streamen, was ich ja sonst bei den 30-Tage-Projekten eher nicht gemacht habe. Aber hier scheint es sich zu lohnen, vor allem weil andere Spieler aktiv sind. Und ihr seht schon, Shandy hat sehr viel gebaut. Und auch dieser Kaninchen, ne Keks heißt er, ne genau, Kaninchen-Speed war ja in Void 3 aktiv. Aber hier ist es dann, ich mag Kekse einfach nur. Genau, und er hat auch da unten einiges gebaut, also wir gucken uns das gleich alles mal an. Erstmal zeige ich aber, was ich mit meinem Grundstück so ungefähr vorhabe. Also ich habe hier vorerst diese Öfen platziert, das wird sich später alles noch ändern. Die kommen dann nämlich hier unten hin, an einen besseren, geeigneteren Ort. Und, ach ja, ich habe einen Papagei mir geholt. Das ist auf jeden Fall hier im Dschungel ja keine allzu schwere Aufgabe. Und ich versuche auch, vielleicht noch mehr Papageien zu holen. Und ich will demnächst auf jeden Fall mal auf Dschungeltempeljagd gehen. Das könnten wir eigentlich auch in einer Folge verpacken. Aber da hatte ich auch in letzter Zeit ein bisschen Pech, weil ich da einige verloren habe. Ich bin nämlich hier rumgereist und immer, wenn ich an einem Dschungeltempel war, bin ich irgendwie gestorben. Durch Skelette meistens oder so. Und das war halt übelst nervig. Also da hätte ich mir auf jeden Fall einen besseren Ausgang gewünscht. Ich wollte nämlich unbedingt dort mal die ganzen Kisten looten, um auch an Name-Tags zu kommen. Für den Papagei und andere Tiere, die ich mir vielleicht noch holen werde. Also es werden wahrscheinlich dann hauptsächlich Papageien werden. Und das geht dem bitte alles nicht, wenn hier das nicht ermöglicht wird. Alter, und das ist so schön gerade mit diesem Sonnenaufgang. Soll ich davon einfach mal hier so ein Bild machen? Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht nehme, aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf, das so hier zu machen. Ich denke mal aber, dass ich von der Stadt auf jeden Fall eins nehmen werde. Denn da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu sehen. Dann gehen wir da einfach mal kurzerhand hin. Und ich habe auch hier eine Treppe schon mal angebracht an den Baum. Ich weiß noch nicht, ob die hier bis zum Ende bleiben wird. Oder auch ohne Geländer das Ganze versehen bleibt. Aber ich denke mal, das ist schon eine ganz gute Lösung, wenn man da so eine Wendetreppe nimmt. Denn wie will man es sonst machen? Ich meine, man könnte auch an den Ranken hochklettern. Wäre eigentlich eine einfache Lösung. Aber das ist vielleicht auch auf Dauer ein bisschen komisch. Vor allem sieht es auch etwas unzugänglich aus dann einfach. Da fragt man sich dann, wie kommt er überhaupt an sein Haus? Und mit so einer Treppe ist es eventuell dann schon besser. Aber irgendwie wäre es schon cool, wenn man auch schneller hochkommen kann. Also eventuell baue ich auch einen Aufzug, so mit Wasser. Aber das sieht dann auch wieder so unnatürlich aus. Wäre also nicht so eine geile Wahl. Aber mal sehen, wie ich es mache. Jedenfalls seht ihr hier schon, die ganze Stadt wird weitestgehend auf Stelzen errichtet. Ist irgendwie ein cooles Konzept. Vor allem passt das echt in diesen Dschungelbaustil. Dann auch mit dem entsprechenden Dschungelholz hier. Also mir gefällt das schon mal sehr, muss ich sagen. Und hier haben wir dann so eine Bambusfarm. Und da drüben kommen wir dann zu Ich mag Kekse. Der hat ja so ein minimalistisches Haus gebaut, wo er wirklich nur so wenig Platz wie möglich einnehmen will. Und das finde ich irgendwie auch cool. Also es kann so gemütlich wirken, keine Ahnung. Ich mag das eigentlich immer, wenn man irgendwie versucht so ein Mini-Haus zu bauen. Und ich leuchte hier mal kurz freundlicherweise aus, weil ich auch weiß, dass viele immer auf Fullbright spielen und dann hier vergessen, irgendwie gegen Mobs sich zu schützen. Okay, hier sehen wir schon, er hat auch unterirdische Baumfarmen und ein Feld und so. Also bei ihm läuft es schon einigermaßen. Ich nehme mal die Fackel wieder mit und da könnte ja auch mal hier ein bisschen ausgebaut werden. Vielleicht kann ich ihm ja auch mal helfen, dass ich hier etwas ausgrabe oder so. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich gehe jetzt erst mal hoch. Viel mehr scheint hier nicht zu sein. Ich denke mal, hier wird dann noch ein Minenzugang sein oder eine Höhle. Und das war es dann an der Stelle. Also da gehen wir dann mal zu Shandy. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier nicht noch mehr gebaut hat. Vielleicht hat er sich oben mit beteiligt an der Stadt. Das könnte auf jeden Fall sein. Aber das sehen wir gleich. Ah ja, und er hat sehr viele Kekse produziert. Das ist so sein Ding. Er hat mir auch irgendwie drei Stacks geschenkt. Und das gibt es ja hier auch wie Sand am Meer mit den Kakaobohnen und so weiter. Da kann man sich schön sowas herstellen. Genau. Dann haben wir hier noch so einen Mini-Steak und so. Und generell ist es sehr idyllisch hier, muss ich sagen. Auch mit den Bäumen. Das passt schon alles sehr gut herher. Da könnte man theoretisch auch Baumhäuser draus machen. Genauso wie ich es ja vorhabe. Jedoch muss ich auch sagen, wenn es zu viel werden, ist es vielleicht auch blöd. Obwohl ich mir das in Tropical 1 ja sehr gewünscht hatte, dass man mal mehr Häuser und so sieht. Also auch auf den Bäumen so eine Stadt errichtet. Das wäre irgendwie eine geile Idee gewesen. Aber wurde damals nicht so richtig umgesetzt, weil wir ja nur zwei Spieler waren. Da ging ja nicht wirklich was. Und Rietze war zum Beispiel hier auch noch gar nicht aktiv. Was ich eigentlich ein bisschen komisch finde. Ich weiß nicht, ob er jetzt echt keinen Bock mehr aufs Projekt hat. Oder ob das nur ein Joke war am Anfang. Weil er hatte ja gesagt, dass er nicht mehr so wirklich Motivation hatte und alles. Und wollte dann wieder am nächsten Tag weiterspielen, woraus natürlich nichts geworden ist. Also irgendwie schade, dass er hier das so ignoriert oder da gar keine Lust drauf hat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil der erste Tag war ja ein ziemlicher Erfolg, wie ich eigentlich in Erinnerung habe. Und da sollte man jetzt nicht gleich aufgeben, finde ich. Aber vielleicht hat er ja nochmal irgendwann vor, hier ein Comeback zu starten und kommt nochmal richtig mit neuer Energie rein. Vor allem, wenn er sieht, was hier alles passiert ist. Also ich denke mal, das wird ihm dann schon wieder einen Motivationsschub geben. Und auch anderen Spielern eventuell. Vielleicht finden wir noch Leute, die auch Bock haben, hier mitzunehmen oder mitzumachen. Und Shandy hat jetzt auch schon vorgeschlagen, ob wir das Projekt länger laufen lassen. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Denn es ist ja als 30-Tage-Projekt vorgesehen. Und ich habe jetzt auch nicht vor, mehr als 8 Folgen zu machen. Und deswegen ist so die Frage, ob man das noch tatsächlich erweitern könnte. Also das würde ja schon ziemlich aus dem Raster fallen. Und das haben wir ja so auch noch nicht gemacht, dass so ein 30-Tage-Projekt dann mittendrin umgewandelt wurde. Wäre ganz cool gewesen, zum Beispiel bei Holzklotz oder so. Weil man da ja sehr viel Zeit braucht und so weiter, ne. Ich meine, bei Holzklotz 1 habe ich es ja gemacht. Aber da habe ich dann auch nur eine Folge weiter aufgenommen. Also ganz normal eigentlich. Fünf Folgen, wie ich es vorhatte. Und nicht zum Beispiel dann mehr Folgen gemacht, weil das Projekt länger lief. Sondern ich habe das dann alles in die Abschlussfolge gepackt mit der Rundtour und so. Und das hat eigentlich gereicht. Also ich möchte jetzt zum Beispiel hier nicht dann mehr Folgen machen, weil das Projekt länger läuft. Vielleicht lassen wir es länger laufen, aber dann würde ich trotzdem nur 8 Folgen bringen. Und da würde es dann aber später kommen. Das wäre so das Ding. Generell muss ich eh mal gucken, wenn ich das hier hochlade. Denn im November oder Dezember, das zu bringen, ist ja auch ein bisschen blöd. Ich meine, es ist ein Sommerprojekt oder soll auf jeden Fall eins dastehen. Und das passt ja dann wirklich nicht zur Winterstimmung. Und deswegen, keine Ahnung, ohne Witz. Das muss ich mir echt noch überlegen, wie es auch mit den anderen Projekten dann reinpasst. Das ist alles so ein bisschen davon auch abhängig. Und vor allem, wie ich ja auch mit den Folgen vorankomme. Vielleicht kriege ich es ja gar nicht hin, jetzt in dem September die ganzen Folgen abzudrehen. Denn manchmal fällt mir schon auf, wie ich da ein bisschen hinterher hänge und so weiter. Naja, gucken wir mal. Ich kann es noch nicht sagen. Mal gucken, wann ich die nächste Folge erstmal aufnehme. Das wäre jetzt so ein wichtiger Punkt, um da weiter entscheiden zu können. Denn das ist immer so ein Ding. Manchmal nehme ich dann auf einmal zwei Wochen nicht auf. Und dann brauche ich auf einmal am letzten Tag vom Projekt noch vier Folgen. Wie es bei Holzklotz 2 war, war dann auch ein bisschen blöd. Da musste ich dann alles so durchdrücken. Und eigentlich hatte ich noch viel mehr Bock, Häuser zu bauen. Und hätte das auch gemacht, wenn das Projekt noch länger gelaufen wäre. Deswegen hatte ich ja die Idee, ob wir nicht Holzklotz 3 dann mal machen als langes Projekt. Und vielleicht auch bei anderen Projekten das mal realisieren. Aber ich weiß es halt noch nicht. Denn sowas hat nicht gedacht. Und ja, mal gucken, ob es sich lohnt. Vielleicht können wir ja noch irgendwas hier ändern, auch am Projekt. Dass wir noch irgendeine neue Regel oder neue Features hinzufügen. Irgendwas einführen, dass es hier noch spannender wird oder so. Je nachdem, was uns da einfällt oder einfallen könnte. Ich hätte jetzt keine konkrete Idee. Aber ja, mit Plugins oder sowas, keine Ahnung. Das wäre so ein Hauch von der Idee. Aber da kann man jetzt auch noch nicht sagen, dass ich da einen genauen Plan oder so hätte. Naja, egal. Jedenfalls haben wir hier die ganzen Villager. Dann die Felder. Das wollte ich nochmal alles etwas erklären oder mir angucken. Ein bisschen genauer. Vor allem hier oben. Da haben wir ja auch Häuser und so. Ist jetzt alles noch nicht eingerichtet. Beziehungsweise noch nicht die Kisten aufgefüllt. Also es wird nicht genutzt. Sondern es ist halt nur Deko. Aber hier scheinen auf jeden Fall viele Felder angelegt zu sein. Und ich weiß noch nicht, wie die genutzt werden. Aber sieht schon ganz interessant aus. Hier haben wir dann auch noch ganz normal die Löcher zum Bewässern. Dann hier drunter. Das hatte ich glaube auch schon gerade kurz gesehen. Von innen zumindest. Ist halt ganz cool, dass er hier so eine Melonenform hat und so. Generell hier diese Aufteilung, dass er eben überall diese Farmen verteilt und da alles anpflanzt. Das ist schon nicht schlecht. Also es passt alles gut in den Stil rein, merkt man. Von unten sieht es tatsächlich aber nach mehr aus, als wenn man hier drüber läuft und sich das anguckt. Weil das so imposant wirkt. Keine Ahnung. Ist aber auch ein geiles Feature oder eine coole Sache, wenn man das so hinkriegt. Dass das so nach mehr aussieht. Das ist dann so ein bisschen magischer. Oder ja, wie auch immer, wenn man das nennen will. Okay, gucken wir uns nochmal das Gebäude an. Mal sehen, was hier unten drin ist. Also ich denke mal, das wird auch schon gut genutzt. Ich habe hier gestern gesehen, das sind solche Katakomben oder so ein verfallener Keller, wo alles mit Mustern gebaut ist. Leute, das ist ja auch erweitert worden. Das war nämlich vorher noch nicht. Was ist auf der anderen Seite? Wahrscheinlich das ähnliche. Oder? Ist es nochmal anders? Ne. Ach, das ist alles sehr geheimnisvoll. Genau, das ist das Wort, was ich noch gesucht hatte. Ja, schon ganz cool. Vor allem mit den Büchern und so. Also, es könnte so mehreres sein. Und das ist nicht so eindeutig definierbar, muss ich sagen. Und das ist eigentlich immer ein cooler Ansatz, den man bei Gebäuden verfolgen kann. Wenn man auch andere Interpretationen zulässt oder so. Genau, hier haben wir dann auch noch automatische Farmen, wie man sieht, mit Lava und Cobble. Das scheint einfach ein Cobble-Generator zu sein. Dann haben wir hier noch eine andere Farm. Das ist so ein Angelspot, ne? Genau, das gab es hier auch schon. Das ist natürlich möglich. Aber wo Rize zum Beispiel wohnt, weiß ich gar nicht. Ob er schon irgendeine Kiste oder so hat, das habe ich hier noch nicht gesehen. Aber wir werden mal gucken. Später gucke ich dann auch noch mal mir den Netter an, aber jetzt heute nicht. Denn das reicht an der Stelle. Ich mache noch mal kurz ein Bild und dann war es das mit der Folge. Okay, sowas hier sieht eigentlich ganz cool aus. Dann war es das jetzt auch wirklich. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Ciao.